So, hier sind wir im Restaurant vom Hotel Oberoi in Dubai. Die Vorspeisensuppen sind hier. Dann hier ein ganz tolles Dessert-Buffet. Hier wird Pizza im Steinofen richtig gebacken. Die habe ich vorhin schon gesehen, die total lecker aus. Hier frische Früchte. Hier die Pizza. Verschiedene Brotsorten hier. Dann hier auch noch eine andere frische Sachen. Hier ist dann Vorspeise-Buffet. Und die Hauptgänge, das warme Essen, ist dann hier auf der Seite entlang. Und das Hotel ist wirklich super, super schön. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, einfach auf Gefällt mir. Die Reise-Buff-Teller drücken unten. Und dann seht ihr weitere Videos von uns. Bis dahin. Tschüss.